Drei-Teiliges Objekt mit Gewindestange. Na, dreh dich schon. Ne Kuschel. Verrückte Sache. Cool. Die tun wir dann wohl hier hin. Dann ziehen wir den Laden hier runter. Okay, der hängt jetzt fest. Why though? Ich würde ja nicht gerne da oben ran. Das sieht irgendwie so aus, als wäre das anders. Aber... Ja, okay. Wir gehen einfach ganz. Das passt schon. Ähm... Kann ich? Okay, ich würde gerne einfach... Okay, in das Teil kann ich nicht. Können wir hier unten irgendwas machen? Sieh mal einer an. Metallscheibe mit einer Rille. Und weil es so viel Spaß macht, das ganze Teil nochmal. Hättest du die Güte, da rüber zu gehen? Danke. Okay. So... ... ... ... Wir sehen uns. Und dann das da rüber und da hoch. Naja, passt fast. Spezielles geometrisches Objekt, okay. Dafür fehlte dann das Wort, ja. Okay, muss er speziell da rein oder muss er speziell hier rein? Okay, es muss offenbar speziell da rein. Nicht. Weder noch. Okay, lass mich raten, wir müssen hier erst noch irgendwas rumbasteln. So, der Dodecaeda, wer kennt ihn nicht? Uh, Lebo-Killer, vielen Dank für den Sub, Dankeschön. Kauft dir mal ein gescheites Wimmelbeet. Nächstes Mal vielleicht. Okay, wir machen mal die Belinsung an. Nicht so. Okay, aber es war so naheliegend, dass das so hin muss. Gegenstand mit Schraubenschlüsseln. Was? Achso, nein. Äh, Schraubenschlüssel mit Kreuzkopf, so. Kreuzkopf, okay, cool. Dann müssen wir damit vermutlich... Können wir damit hier ran schon? Ne. Können wir damit... Achso, das Ding muss da ran. Das hatte ich schon wieder völlig vergessen, dass das existiert. Ja, leck mir doch die Stirn. Oh, wow. Ja, okay, so weit, so gut. Okay, das war deutlich weniger schwieriger als gedacht. So, Lö-Octa-Eder. Den holen wir dann hier rein. Und zum Vorschein kommt... Der Kopf eines Ramboks. Und ein Zahnrad. Wait, what? Okay, den können wir offenbar irgendwo anschrauben. Können wir das Zahnrad da draufpacken? Nein. Okay. Herr Rambok klingt irgendwie so, als müsste das... So ein Belagerungswaffen. Können wir hier noch was machen? Irgendwas muss hiermit ja auch noch gehen, ne? Also wir sind hier, glaube ich, noch nicht fertig. Steht jetzt eigentlich an der Wand. Wir können da noch... Ah, doch, jetzt... Wait. Ich will nichts sagen, aber wir können da noch nicht hin. Also... Da müssen wir vermutlich dann später mal hin. Wenn wir das Tor offen haben... Können wir jetzt eigentlich... Ah, da müssen wir halt irgendwas dranhängen. Nein, ich denke nicht, dass wir diesen kleinen Rambok nehmen, um diese Tür damit aufzuräumen. Annäht. Matt. Schluss. Mhm. Jess. Oh Gott, der muss einfach hier vorne ran. So, quatsch mich doch nicht voll, während ich irgendwo anders bin. So. Gravierter Metallgriff. Okay. Passt der zufällig hier hinten hin? Na, ganz vorzüglich passt der da hin. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Okay, können wir das... Okay, wir können es offenbar nicht einfach auffrickeln. ...was sehr bedauerlich ist. Hier geht halt irgendwas steil. Ne, ich würde schon gern wieder ran, danke. Kann ich mit den Teilen irgendwas machen. Ich würde halt einfach gern dran ziehen, aber das geht halt auch nicht. Ne. Okay, da oben kommen wir noch nicht ran. Was ist denn hiermit? Die Spitzen sehen so anders aus, aber... ...geht nix mit. Ja, gut. Vielleicht nehmen wir erstmal diesen kleinen Schlüssel. Und tun den kleinen Schlüssel hier rein. Ehe. Was? Ja, Pio, Pio, Pio war auch mein erster Gedanke. Ja, Pio, Pio war auch mein erster Gedanke. Aber warum, was hilft mir das? Also, was hilft mir das? Ich finde das ja sehr unterhaltsam, aber... Okay, ich kann sie halt auch nur drehen. Nicht irgendwie hoch oder runter schieben. Oder dann vor und zurück, wenn sie in irgendeiner Position sind. Oh, erstmal schön Marshmallows grillen hier. Mhh. Ach, schon ganz knusprig da. Kann ich jetzt hier unten irgendwas dran machen? Ja. 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 Okay, aber wo sollen die hinzeigen? Und warum? Ach. Auf einmal. Okay, einen ganz nach hinten. Oh Gott, Alter. Okay, da sind aber akustische Signale mit bei. Das kann ich mir halt niemals merken. Okay. Den nach hinten. Den nach vorne. Den weiter nach hinten. Den weiter nach vorne. Und dann tauschen. Okay. Also den nach hinten. Ach, dass ich das immer wieder nachzeichne, muss das halt ein bisschen blöd. Ich jetzt bin. Okay. Hier ist das. Okay. 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 Alter, noch umständlicher ging es auch nicht, oder was? Nope, kann immer noch nichts mitmachen, okay, wir haben da ein Schlüsselloch, ich gucke hier erstmal so drauf, nope, gucke hier so drauf, nope. Ähm, natürlich, jetzt weiß ich auch, warum das so anders aussah, ja, hey, der Witzker, Klappmesser, Alter, in CSGO kostet der Skin 200 Euro. Ja, darf ich, ähm, okay, das war sehr seltsam von der Handhabung. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Was? Ach, komm schon. Oh, ich muss schnell genug sein. Ich verstehe. Komm schon. Ach, ist doch nicht warm. Sag mal, okay, es muss aber auch nicht 100% präzise sein. Äh. So, finally, silberne Taugenkurbel. Okay, die muss wohl hier ran. Okay, ich kann mit dem Boden halt, ah, jetzt geht's. Sechseckiges, ah, plötzlich macht alles Sinn. Ja, und was sich hinter diesem Vorhang verbirgt, das erfahrt ihr gleich nach der nächsten Maus.